Also den Wasserfilter, den Wasserkocher, die Desinfiziere und das Spülmittel und die Küchenrolle, bitte noch. Problematik ist das schwarze Fenster. Ja, da können wir echt wenig machen. Hast du da draußen Strom? Da draußen ist Strom, ja. Ja. Ja, stopp, dass wir die Orchidee noch drauf haben. Ja, der stolz ist das Hausherrn oder der Hausherrn? Nein, nein, Pflanzen ist Karten. Ja, das dauert immer, wegen des Eis einzustellen. Ist klar, aber die Zeit haben wir. Schon mal wieder Panono. Ich muss euch nicht immer besten hinstellen. Du stehst einmal einmal vor dem Kochfeld, eher in der Mitte, und kannst nicht so hoch, welcher Grundstabzug, aber da ist es eigentlich ganz okay. Und dann stehst du einmal da und einmal da draußen. Okay. Und dann durch was ruhig halten und freudig schauen. Ja. Weil sie sieht dich. Sieht alles. Ich will keine Detailaufnahmen, sondern ich will das mit Küche versteht. Ja, ja. Den Grundriss. Deswegen eben ein extremes Weitwinkel und deswegen der Versuch, dass man es halt so begreift und dass man vor allem die andere Seite gleich mit erkennt, wo die ungefähr ist. Ja. Ja. Das schaut doch super aus. Ja. Ein 12 Euro Rock aus dem Asia-Chef. Ernstens irgendwas? Ein Schneidbrett vielleicht? Ja, so ist ganz lustig. Ja. 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 Du musst ja gerade in dem Moment nicht schneiden. Das ist wunderbar. Psst. Bisschen Zähne noch. Ja. Super. Ja. 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 Die ist ja schick. Ja. Nicht mal die Schuhe. Danke. Du musst endlich mal deine Schuhe mitmachen, was sie schon mitgenommen haben, oder? Die ist ein bisschen knitterig, aber wegen der Natur, die das Kleine ist, das wir nicht dazu sagen. Das ist sowas aber auch. Das ist Design, das ist kurz so. Ja, perfekt. Ich sehe gerade, die Lampen sind unterschiedlich hell. Stört das? Besser wäre es, wenn es gleiche wäre. Perfekt. Dankeschön. Und schon fertig. Fertig? Ja. Jetzt kannst du da nochmal entgehen. Du kriegst dir den Zugang. Ja. 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 Das wäre ein denkbares Szenario. Ich kann es nicht genau erklären, weil bisher meine Erklärungen immer falsch waren. Aber ich kann übrigens auch jetzt nach fast einem Jahr Nutzung sagen, alles passt gut. Also, so von der Auswahl, von den Geräten, passt super. Ganz lieben Dank. Ja, bitte. Schönen Abend. Der Vorarlene. Vielen Dank.